willkommen freunde zu einer weiteren runde metro exodus ja letztes mal muss der mechaniker finden das haben wir auch getan und als wir dann wieder kamen ist unsere freundin abhanden gekommen ganz komisch so und wir mussten die jetzt suchen und da sind wir letzt mal stehen geblieben das führen wir jetzt weiter und ich schaue mal wo sie gelandet ist und ob sie wieder auftaucht so wir starten hier in irgendwelchen bunker anlagen letzt mal mich ja nicht weiter gekommen habe den tipp bekommen ich soll doch mal auf die karte gucken und da ist ein kreuz und da wo das kreuz ist da soll auch unsere freundin sein so das heißt wir sind ja eigentlich komplett falsch komischerweise weiß ja nicht warum sie da unten jetzt sein soll aber okay wir folgen dem tipp mal aber erst mal schauen wir uns hier noch ein bisschen um klünder ein paar sachen haben letzt mal ein paar soldaten abgeschossen sie mann das darfst du nicht sie landius wird sich dafür kommunizieren okay die hatten wir ja befreit genau so gucken wir mal bei m wenn man die richtung laufen hier also ich kann schon mal ein bisschen spoilern ich habe gehört dass unsere freundin irgendwie in einer gruppe in einer grube gelandet ist das ist ja bemerkenswert finde weil das ja so eine elite kämpferin war ist das eigentlich unsere frau oder unsere freundin ich weiß es gar nicht jedenfalls liegt mir ja ganz schön der wind um die ohren hier eigentlich genau was umstellen wir waren eigentlich noch mal filter wechseln so gucken wir mal weiter ja die richtung passt auf jeden fall vielleicht sollten wir sogar hier ein bisschen rüber gehen alter ist das ein sturm da möchte man aber auch nicht draußen sein hier in der landschaft so passt die richtung ja die richtung passt hier kommen wir nicht rein na wir schauen wieder irgendwelche viecher unterwegs zu sein oh verpiss ich der ist weg ein ausrichten und jetzt schauen wir mal oh hier ist wieder wasser wenn sie da wirklich drüben ist da müssen wir ja da irgendwie rüber kommen aber wie komme ich denn da jetzt rüber sagen vom boot oder so aber der sturm hat aufgehört ist gut so wie kommen wir denn da jetzt rüber das ist noch ein seil die frage kann man da können wir darüber klettern hier gibt es aber auch kein boot irgendwie ne ist wenn ich ins wasser gehe im wasser gehen dann ertrink ich wieder super hier muss doch irgendwo ein boot sein dass ich da rüber kann hier sack ich nur ein und sehe wirklich gar nichts das ist irgendwie in der geduckten geduckte stellung ne so wir gucken noch mal auf die karte m so ok da führt schien rüber ok dann gehen wir noch mal in die richtung und hoffen dass wir dann da weiter kommen das würde mich jetzt tierisch nerven wenn wir das nicht hinkriegen also wir folgen mal den schienen auf jeden fall da ist auch unser zug ja letztes mal wurde auch gesagt dass unsere frau freundin wie auch immer im süden gesehen wurde und ich bin ja in richtung norden gelaufen weil süden bedeutet ja hinter dem zug jetzt müssen wir gucken dass wir hier irgendwie eine überleitung hin bekommen ja alles klar ist das letzte mal nicht gesehen habe so gucken wir mal Dachladen nicht vergessen so schauen wir mal muss ja in diese richtung hier gehen sieht aus wie ein bunker ist ja auch ein eingang ach du scheiße ach da ist sie ja krass wie sie denn da reingefallen leckt mich an der tisch und dann ist noch verletzt er das vermisst aber wir haben sie gefunden ich hab dich rufen gehört es war so schlimm aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen so eins es steht aber fest der tipp danke in dieser an dieser stelle an florian hat 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 geholfen warum atmet er jetzt so schwer alles klar ausbessern ja der tipp hat geholfen dass wir gucken müssen dass wir ein kreuz an der mappe haben auf der mappe und da wissen wir auf jeden fall wo es lang geht das schon mal gut so und jetzt müssen wir wahrscheinlich auch wieder raus irgendwie hier ist verschlossen sie ist auf jeden fall mächtig am husten kann ich das rad hier drehen nein kann ich nicht aber hier lang gehen ich weiß gar nicht ob die spinnen uns später noch angreifen können weil wir die ja immer wieder irgendwie weg brutzeln ja auf jeden fall gehen sie uns dann nicht auf den sack so mal ausmachen das hier einsammeln ne ach das war ja ich muss ja F dieser taschenlampe aber wir können beides halten das ist ganz gut aber die können wir mal anmachen hier können wir mal durch so ein pilz zum einsammeln oh ein mutant das ist auf jeden fall platt so die sammeln wir mal alle ein für was immer das auch gut ist können wir denn hier irgendwas machen Filter getauscht sehr gut damit wir hier nicht ersticken das scheint mehrere mutanten unterwegs zu sein gucken dass wir hier keine erwischen okay das ist gut alles was man alles was man looten kann ist immer gut es leben die lootboxen so 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 kommen die denn jetzt alle da geht es nicht rein kann ich hier anschalten hier kann ich nichts machen ja wie fühlt man sich doch sicherer wenn das licht hier leuchtet ja das gas da können wir nicht weiter frage ist natürlich was ist hier hinten unsere aufgabe hier ist ja der maschinenraum hier waren wir ja auch schon hier ist ein hebel und da kommen wir ist immer gut wenn die leichten hier rumliegen da weiß man auf jeden fall dass man schon hier gewesen ist das finde ich schon mal sehr gut so hier ist jetzt gas aber da kommen wir auch gar nicht unten und durch ne ich kann ja mal jetzt will ich mich ducke unter ne will da auch nicht rein ok wenn ich an seiner stelle wäre würde ich da auch nicht rein krabbeln so aber wir müssen ja irgendeine aufgabe haben licht bleibt an ok dass wir jetzt hier kein strom anstellen können das war mir eigentlich schon klar was ist denn hier mit dem loch so was zeigt denn die karte überhaupt an wo wir lang müssen die zeigt gar nichts an kommen wir ja mal die konnten wir plündern hier kann man doch strom anschalten ja alles klar funk verbindung oder wie okay jetzt haben wir hier licht angeschaltet das schon mal gut was ich ja für unrealistisch halte weil warum sollte man hier auf einmal über licht anschalten können wenn hier kein kraftwerk oder irgendwas in der nähe ist aber egal das soll uns nicht kümmern wir haben hier strom so hat der hier noch was oh ja alles mitnehmen was wir finden können dann würden wir oder können wir bestimmt die eine maschine einschalten oder da da hat sich nichts verbessert ich glaube hier links war doch irgendwo sah aus wie so eine dampfmaschine ja hier genau da ist ein hebel aber da können wir nichts einschalten ok gehen wir hier mal zurück mal Filter tauschen kann man auch nichts einschalten kann man auch nichts einschalten hier war nur aber wo war doch hier in ehefels jo macht doch gleich ein angenehmeres licht aber vielleicht können wir jetzt das tor hier aufmachen da habe ich ja gar nicht drauf geachtet wo geht der scheint der bunker ja noch nicht aufzugehen oder wie das war licht an man mit ihr reden kann man nicht wenn man das tor geht geht es auch nicht wenn wir hier gucken geht es auch nicht also irgendwas haben wir hier noch übersehen was für andere offensichtlich ist für mich anscheinend noch nicht hier leuchtet was Tür ist immer noch zu Rad drehen geht auch noch nicht hier waren wir noch nicht genau hier drüben waren wir noch gar nicht da kommen wir nicht rüber von da kommen wir wir können hier im wasser so laufen wir ertrinken hier nicht das schon mal gut ja müssen wir noch mal gucken also wie gesagt wir haben wir irgendwas übersehen aber ich sage immer es gibt schlimmeres fackel sehr schön ach jesus jawohl die tür die haben wir noch gar nicht gesehen schöne knarre wir schauen jetzt erstmal weiter und gucken mal was wir noch zu finden denn wir sind ja noch nicht so weit gekommen irgendwas fehlt uns ja hier noch hier ist alles dicht wenn ich hier lang gehen dann können wir gar nichts machen da können wir auch nicht hoch wir könnten hier hoch springen aber von da kommen wir ja auch so gucken wir mal weiter was wir hier so finden die knarre haben wir ausgetauscht das nehmen wir mal mit hier nehmen wir auch mal mit ansonsten sehe ich hier erstmal gar nichts also nichts was uns weiter bringen kann hier ist auch kein radio oder sowas wir einschalten können wir sagen können mit wir haben es hier geschafft wir brauchen hilfe wir brauchen hilfe ich hin so hier können wir nur eine lampe an und aus machen hier können wir ein bisschen durchschleichen gucken wir mal ob wir hier noch etwas übersehen haben hier können wir auch nichts an machen oder aus machen oder wie auch immer gibt es denn hier oben irgendwo weiter da ist auch nichts da ist auch nichts hier können wir nicht runter das kennen wir schon hier waren wir auch schon hier unten hatten wir schon rein geleuchtet da ist ja auch nichts offenbar bei l drücken und wollen was anzünden das funktioniert ja auch nicht erst mal aus so geht es hier noch durch kann man den ist noch was zum einsammeln zum looten gibt es hier oben noch irgendwas nein das ist nicht der fall wir müssen auf jeden fall filter nutzen das ersticken wir das kümmern die euch zum explodieren das bringt nichts irgendwas anschalten ausschalten wir kommen auch nicht tja irgendwie faszinierend also wir kommen hier irgendwie nicht weiter jetzt hier nur wieder weiter laufen der maschine waren wir auch schon da konnten wir auch nichts machen jetzt können wir den ausmachen aber wir wollen ja anmachen macht ja keinen sinn den auszuschalten hier waren wir auch schon oder waren wir hier noch gar nicht war das übersehen hier waren wir noch gar nicht das haben wir übersehen ist ja auch toll schön hier was einsammeln hier schwimmen wir es einsammeln oh filter achso ist hier noch irgendwas ne ok dann gehen wir mal hier weiter hier ist nur chemie die wir einsammeln können diese maschine geht auch nicht einzuschalten schalten ah es wird hier die wir von die achst du die können wir gar nicht öffnen die können wir von der seite nicht öffnen von der seite nicht das ist ja schön ok hier sehr gut jetzt haben wir es das hat aber gedauert man 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 ja komm ruhig mit wir haben es geschafft das war ja ein krampf man 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 siehst du die fässer das sind irgendwelche chemikalien das ist entweder ein lager oder eine deponie und diese schad könnte von den einheimischen dort auf ja los kommt ich kann selbst gehen ok ich muss mich nur etwas ausruhen dann geht es los der alte wird jetzt vermutlich völlig am rad drehen wenn er hört dass seine geliebte tochter verletzt ist oder so ja dann laufe ich schon mal los ja kommt schon wir gehen da jetzt zurück zum zug weil ach scheiße ladehemmung weil wir sollten ja sonst auf die mappe achten und auf der mappe ist da das x da gehen wir jetzt hin und in dem spiel ist es ja sonst so komisch hier wartet ja sonst keiner auf den anderen das heißt wenn ich irgendwann zum zug gelaufen wäre dann wären die schon da das ist wahrscheinlich schon wieder passiert dass sie vor mir da ist obwohl ich ja hier lang laufe und sie nicht aber egal so ist das in dem spiel der alte da nehme ich doch gleich mal einen schluck wasser nimm platz setzen wir uns mal kann ja nicht schaden wir haben eine gelegenheit die brücke ohne angriff zu überqueren es kommt ein händlerkonvoi den fluss hoch und die brückenbewohner machen mit ihnen geschäfte also werden wir als händler verkleidet die brücke infiltrieren und sie herunterlassen katja sagt dass sie noch funktioniert wenn wir uns beeilen können sie uns nicht aufhalten sollten sie es versuchen werden wir die brücke trotzdem überqueren egal was diese fanatiker denken sie wollen blut können sie haben also müssen wir jetzt nur noch auf das händlerboot warten herr oberst wir können sie hier nicht zurücklassen sie werden lebendig aufgefressen hast du jemals deinen kopf benutzt weißt du wohin wir fahren was uns auf dem weg dorthin begegnen wird wo bitteschön sollen sie in der ahoa schlafen auf den kohlekisten wir spartaner kommen damit klar aber für eine frau mit einer sechsjährigen tochter ist das inakzeptabel ich gebe ihnen meine matratze und ziehe in den heizraum dann schläfst du beim nächsten wachdienst ein und kriegst die kehle aufgeschlitzt weil du unausgeschlafen bist trotzdem weiß ich dass wir sie nicht zurücklassen können während wir warten können wir doch einfach diesen waggon holen von dem katja uns erzählt hat oder wir können das kind nicht hier lassen und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen geht das schon wieder los wie sollen wir diesen waggon holen ich werde die aurora nicht dorthin fahren das brauchst du auch nicht ich habe am terminal eine motordreisine versteckt die kann ein waggon ohne probleme ziehen Artyom und ich können sie holen und damit den waggon hierher bringen ich lasse dich auf keinen Fall gehen zu zweit können wir die reparatur bis zum morgen abschließen aber alleine schaffe ich das nicht ok ok dann macht es so ich will ja kein unmensch sein wir holen diesen waggon und wir nehmen die zivilisten mit Artyom kümmerst du dich darum hör zu Artyom wenn der konvoi in sicht ist lässt du alles liegen und als zum hafen das ist unsere beste gelegenheit die brücke zu überqueren jawohl mach ich Chef danke Papa Katja und Nastja werden so dankbar sein ich arbeite jetzt so und so nur noch nach der Karte und gucke wo das Kreuz ist und da lauf ich hin das ist ein echtes Schätzchen das steht fest wie das Amen in der Kirche sind zur Hölle und zurückgefahren sie und ich wir haben so viele Sachen gezogen sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt da du zum Terminal gehen wirst hör mir gut zu Artyom sie ist ganz schön weit bis dorthin aber wenn du nachts gehst es ist die Gefahr geringer auf Banditen zu stoßen während es dunkel ist bleiben sie in ihrem Lager aber es wird trotzdem nicht leicht da dann mehr Tiere unterwegs sind und außerdem gibt es Elektroanomalien die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität also solltest du deine Möglichkeiten abwägen bevor du aufbrichst ok 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 Artyom Duke ist in dieser Gegend im Einsatz er behält die Brücke im Auge der Empfang ist dort schlecht wir kriegen nur Rauschen von ihm wie auch immer wenn du ihn triffst dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal mach ich mach ich mach ich ich wette du hast dich mit Anna und Stefan verschworen hey die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir aber wir wissen nicht ob das was vor uns liegt besser ist als die Fanatiker tja wir werden es wohl abwarten müssen ok kann ich jetzt gehen hm ja so ja da alles klar als Artyom bin ich natürlich sehr schweigsam ne weil irgendwie hat er ja gar nicht geantwortet so wir gucken nochmal auf M auf die Karte ich weiß gar nicht was ohne euch aus uns geworden wäre dieser Ort ist verflucht ok und sollen da rüber wisst da lang es hängt jetzt alles von Artyom ab also wünsche ihm Glück ja schönen Dank dass wir alle Glück wünschen und ich darf den Mist hier wieder ausüben egal Artyom gehst du zum Terminal? es könnte sein dass du dort auf Gild trainst er hat dort einen Badon bei der direkte eine Beobachtung so was machen wir denn hier ja wir sind auf jeden Fall der achso wollte ich jetzt gucken linke oder rechte Strecke ne die ist schon richtig ok dann laufen wir mal Artyom Nastia möchte dich etwas fragen Na los Nastia Onkel Artyom Onkel Artyom Kannst du mein Teddy suchen? Oh ich soll jetzt noch ein Teddy suchen? Das ist so schwer also Irgendwer auf den Lagertanks vom Terminal haben Dämonen ihre Nester könntest du also nachsehen ob der Teddy dort ist? ich weiß das klingt albern aber er war ein Geschenk von ihrem Vater und ohne ihn möchte sie nicht aufbrechen wenn du das machst bin ich dir was schuld ach und ich geh natürlich keine Risiken ein hey was benutzt ihr unsere Hauptfrequenz für solchen Tratsch? Er hat einen Auftrag Überschüttet ihn doch nicht mit dieser Scheiße Ja ich würde auch sagen wie Teddy und sowas das kann man suchen wenn die Hauptmission vorbei ist aber die sind Nebenmissionen naja So wie weit ist er denn? Oh Das kann aber noch dauern Von dort behält er die Brücke im Auge Treff dich mit ihm er wird dich über die aktuelle Lage im Terminal informieren Milla Ende und trans Jo prima Guck mal finden wir hier noch was zu looten Alter ist ja einer von mir Hallöchen mein Blutsbruder Alter Hast mich nicht gesehen Ne Ich bin jetzt Teil der Landschaft Ich habe gehört dass du wegen einer Romadretin zum Terminal bist Dann hörst du Ins Terminal kommt man nur übers Wasser Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen Drinnen sind nur diese Tier Mensch Mutanten So scheint es Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck Sie überfallen die Fanatiker Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von Du weißt schon was angezogen zu werden Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gebracht Siehst du diese Ruinen Dort ist auch ein Banditenwerk Sie haben Scharfschutz Ich habe auf die Dachländische zusammengeziele und dich auf Blitzen zählen Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen Die Brücke ist komplett abgeregelt Die bewaffneten Leute dort zeigen sich die Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns Daher müssen wir uns im Moment auf sie keine Gedanken machen Hey, es ist deine Entscheidung wenn du offen willst Wir sollten die Banditen leichter zu weitern Können wir den Anzug auch aufleveln? Ne Ach doch, reparieren Ist repariert Ist das hier Gehen wir mal auf E auf Herstellen Super Ja Super Wie man Munition kann man mal gebrauchten Das müsste aber erstmal reichen also waffentechnisch haben wir jetzt ein bisschen Ach, die können wir sogar noch mal reinigen. Sehr gut. Umso weniger Störungen haben sie hinterher. Jo. Genau, einzelne Teile auch reinigen. Nee, ne? Nur die ganze Waffe. Alles klar, prima. Gehen wir hier erstmal raus. Gucken wir mal, wie müssen wir denn jetzt lang? Ach, er klettert da oben raus. Wie er auch vorhin reingekommen ist, ne? Ist auch interessant. Viel Erfolg! Danke, danke. So, und jetzt laufen wir hier nachts los. Und müssen gucken, dass uns hier nicht irgendein Viech über den Weg läuft. Das ist ja ganz toll. Da haben wir ja Lust drauf. Obwohl, wir sind ja gleich da. Nur ein Stück geradeaus und dann rechts rüber. Das sollte ja machbar sein. Ui. Was ist denn da so sauer? Ich höre zwar was laufen, aber ich sehe nichts. Wer wird sich schon gleich zeigen. Ei, ei, ei. So. Oh, das war schlecht. Also jetzt nach der Karte zu gucken. Das ist überall Wasser. Jo, ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ja. Jo, das sieht gut aus. Wollen wir doch mal rüber schwenken. Wobei wir beim Boot nur darauf achten, dass wir einsteigen, was uns in die Balle geht. Ich glaube auch nicht, dass wir uns da gleich mit denen anlegen sollten. Ah, das hätten wir auch denken können, dass sie mich hören. Scheiße, wo soll ich denn jetzt hin? Na, ich bin ja auf jeden Fall hier richtig. Oh, die Tür auf. Jo, Ausrüstung. Ja, nicht schon wieder. Ne, komm. Tabulator raus da. Wollen wir nicht. Wir looten hier gerne. Aber wir sammeln hier nichts anderes ein. Wollen wir uns echt jetzt hier hinlegen? Ne, komm. Wir stehen wieder auf. Das können wir nicht machen. Tja. Jetzt ist ja die Frage, was war denn jetzt hier überhaupt unsere Mission? Gehen wir mal gucken auf Tabulator. Ist nicht. Oder sollen wir die platt machen hier? Leute, ich glaube, da im Haus ist was. Ne, komm mal her, hier. Zeigt euch, zeigt euch. Da ist der Scheißer. So, Mann am Boden. Ja, komm. Der Hohensohn ist hier. Verdammt, sie haben ihn erwischt. Ja, wo sind sie denn hier? Fristast, du Miststück! Komm, komm, zeig dich. Klettern wir mal nach oben. Ich hoffe, da sind keine Monster, Zombies. Wie auch immer. So. Oh, ein Scheiß-Mutanten. Gehnt echt überall, ey. Mann, geh nicht mehr auf den Pinsel. Müssen wir mal Ruhe sein, hier. Munition hier irgendwo? Ne. Okay. Wir fallen mal raus. Aua. Ah, scheiße. So, hier haben wir einen Brief. Neue Notiz. Da kommen wir nicht rein. Okay, er ergibt sich. Das ist gut. Du hast eine Verbesserung für deine Ausrüstung aufgenommen. Durch eine Werkbank wird sie montiert. Okay, das machen wir das nächste Mal. Oh, hier können wir mal gut looten. Sehr schön. Sonst hier noch was? Ja, hier ist noch eine Tür. Ach, dass die, genau, hier von außen nicht aufmachen konnten, die Tür. Aber wo ist denn hier unser, äh, ich ergebe mich, bitte nicht schießen. Ich seh den gar nicht. Ach, da. Das ist ja der Held im Erdbeerfeld hier. Na gut, dass wir hier auch oft mega leicht spielen. Aber das ist immer so, ne? Die sagen, die, ähm, die ergeben sich. Und dann schießen sie los, ey. Richtig hinterhältig. So, wo muss man denn jetzt hin? Wir sind doch hier schon, ne? Ne. Wir sind tot. Das soll mal wieder einer verstehen. Also ich verstehe es zum Beispiel wieder nicht. Ich bin jetzt hier gelandet. Äh, ich kann wieder Boot fahren. Okay. Und kann jetzt hier wieder rüber paddeln. Okay, das scheint ja auch richtig zu sein. Das sieht natürlich geil aus, ne? Alles so leicht grau, dunkel. Und dann hat man da hinten so... Das ist grüne da. Grün-blau an der Wand. Sieht schon nice aus. Boah, übel. Sind hier gelandet, ey. Nur noch rechts hier. Oh. Dachte schon, da kommt wieder irgendwas aus dem Wasser und will mich killen. Boah, die sind ja hier überall aufgeknüpft. Leck mich an der Tesch. Oh, kann ich denn hier irgendwo aus dem Wasser... Wo es denn auch weiter geht? Oh, ne? Bestimmt da hinten, wo die Tonne brennt. Los, paddel schneller. Ja, da kann ich raus. Prima. Ja, hier können wir noch was einsammeln. Alter. Übel, übel. So, wo geht's denn hier weiter? Warte. Alles einsammeln an Chemikalien, was wir hier finden. Auch geil, ne? So richtig radio-schöne, radioaktive Pilze, die hier so vor sich rum wachsen. Und dafür überall. Das macht echt Sinn, wenn man hier einmal durch ist, so schnell wie möglich hier raus zu kommen. Ah, hier ist auch der Schlüssel. Der passt super. Hören wir uns das mal ab. Hören wir uns das mal ab. Der Kettlisch-Nachwuchte im Testbecken hat die noch nicht so völlig unbeschadet überlebt, sondern völlig unerwartet die Kontrollgruppe in Sachen Ratschung und das Tierfache überholt. Der Überkläger scheint sich auf Meeresnichtartung nicht allzu sehr aufzuwirken. Die Jungtiere der Barsche und Rotaugen weiten eine marginale Steigerung des Wachstums, aber keine negativen Nebenwirkungen auf. Okay, okay, okay. Ja, alles klar, Lootboxen. Ja, wir müssen echt gucken, also die Munition wächst echt nicht auf Bäumen, ist mir aufgefallen. Wir haben echt Probleme, wenn wir hier nicht sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Ah, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall besser als Nachtsicht, ne, würde ich sagen. Äh, nee, das ist ja Nachtsicht. Meine besser als die Taschenlampe. Alter, überall Särge. Ja, ist ja gut. Dann mal gut, ja, ähm, die Rucksäcke und so einzusammeln, weil man da halt auch die Filterarmung ganz oft bekommt. Für die Masken, die man braucht. So, jetzt sind wir aber hier gelandet. Könnte theoretisch eigentlich wieder zurück, wenn ich das richtig sehe, ne? Weil hier, weil hier ging's ja nicht weiter. Nö. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Gehen auf der anderen Seite wieder hoch. Okay, hier geht's weiter. AC gedrückt halten, den kann man aussuchen, was man haben möchte. Okay, prima. So. Jetzt sind wir Granaten und so, haben wir noch gar nicht gearbeitet. Ui, 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 ui. Was geht denn hier jetzt ab? Scheiße. Heftig, heftig. Na, drücke mehrmals F, um das Ladegerät zu benutzen. Das hab ich ja gemacht und was macht der, er schießt. Ah, sowas Bescheuertes. Naja, egal. Vielleicht sind wir wieder zu doof. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Okay, es geht ja nur noch hier lang. Ich glaube mal, wir gehen hier lang, wenn das geht. Auf jeden Fall hat hier jemand was herzugeben. Da ist Wasser. Aber wer klopft doch hier, ne? Ich will hier mal die Leiter runter. Es ist zwar schön hier, aber ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. Da gehe ich doch lieber hoch. War einfach zu gefährlich. Hier unten. Jo. Die Frage ist nur, wo geht's denn hier weiter? Und jetzt von hier her gekommen? Dann müssen wir hier lang. Ja, hier geht's weiter. Alles klar. Hier machen wir noch nicht. Gehen wir mal die Leiter hoch. Schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Bitte kommen, Artyom. Kannst du mich hören? Ende. Artyom, bitte kommen. Bitte kommen. Ja, das macht doch hier keinen Sinn. Wenn wir... Ah, hier gibt's noch was zu looten. Und wir jetzt, äh, hier hochlaufen. Auch hochklettern und dann wieder runtergehen. Gehen wir nochmal hier weiter. Überall Mutanten. Man, 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 man. Oh, düste Rathmosphäre hier. Ja, jetzt krabbel ich hier lang auf die andere Seite. Bitte kommen! Äh, bitte kommen! Ja, ich bin ja gleich da. Ja, aber ich höre dich doch. Ja, ein bisschen Munitionsspanne, gehen wir lieber nach oben. Mal echt übel, die Typen hier. Alter, falter, hab ich Glück gehabt, ja. Mann, 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 das war aber der Big Boss hier. So, gehen wir mal nach oben. Die liegt schon wieder ein toter Mutant. Das sieht aber, das sieht alles hier so brüchig aus. Ob wir hier richtig sind. Ach du Scheiße, warum ist dann so gesprungen? Richtig geflogen hier. Gibt es hier eigentlich auf der Karte? Naja, ich glaube, wir sind hier schon fast richtig. Hier oben aus. Okay, also wir sind hier fast richtig, würde ich sagen. Wenn es hier nach dem Kreuz geht, müssten wir dann hier sein. Ja, und jetzt? Nein, ich gehe da lang. Sind die ja runter? Ah, hier geht es ja lang. Habe ich gar nicht gesehen. Alter, gut. Wenn die aufrisst, ist das gut. Dann sparen wir uns Munition. Boah, ich möchte hier eigentlich... Ich bin eigentlich so weit wie möglich weg hier. Oder so schnell wie möglich. Ich muss hier nichts zum einsammeln, wenn ich hier schon den Heiligen heilen bin. Ja, von hier komme ich da auch, ne? Jetzt bin ich wieder da gelandet. Hier geht es nicht weiter. Das wirkt hier aber alles sehr radioaktiv, muss ich sagen. Hier schauen wir richtig zu sein. Aber wie kommen wir da jetzt rüber? Hier irgendwo hochklettern? Kratz, kratz. Ich guck mal, wenn ich jetzt... Dann bin ich unter Wasser, ein Trink da, kommt Panik und dann will er wieder irgendwo hoch. Nee. Sogar ertrunken, ach du Scheiße. Das darf uns aber nicht normal passieren. Ich guck mal, wenn ich jetzt die Ruhe kunst basse dasinceken bin. Wenn du ja mal ehrlich gesagt hast, bin ich ein Trink, das jetzt auf links des Autrekons, dann wird er. Guck! 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 Untertitelung des ZDF, 2020